Abenteuer! Treib! Jo! HAYA! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was tue ich hier? Was tue ich hier? Oh Gott! HAYA! 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 Ich will bitte mir jetzt mal eine Feder holen. Mal so abraschen. Ah, lass ich jetzt mal. Ach, da kommt man ja wieder aus. HAYA! Oh Gott! Scheide hoch! Lass mich hoch! Lass mich hoch! Da ist wohl vorsichtig. Wo ist denn? YOSHI! Mein Freund! Ach, ein Level mit YOSHI, ein Level ohne mich. Ich gehe weiter bitte lang. Ich bin gespannt, was ist schon gut. HAYA! Oh, jetzt dachte ich schon! Und... Jajajajaj! Und jajajaj! Und jajajaj! Steichen! Also oben war deutlich einfach nur ein Wissen. Ah! Bitte oben! Ja, oben! Ja, oben! Oh ja! Oh ja! Wie ich da immer wieder die Feder hilft. Das ist schick! Ja! Oh ja! Steichen! Oh, der Feder wäre jetzt schon wieder weg gewesen. So gut! Ich! Oh ja! Steichen! Die ist so viel Minecraft gespielt, dass die hier lauter Steinchen schmeißen. Ja! Oh ja! Ah! Ich bin dran mit YOSHI! Ah! Ah! Zum Glück hatte ich YOSHI dabei! Jo! Das ist mir so etwas nützlich denn, Dino! Darf sie normal ausrufen. Ich habe jetzt kurze Zeit nicht gecheckt, dass ich dran bin. Pfff! Pfff! Nja... Pfff! Da wollte ich schon losnjaun! Pfff! 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 Ich hab's geschafft! Ui! Ui! Da kommt ihr! Egal! Hab's geschafft! Ui! Ja! Was? Warte! Achso, der gekloppte Yoshi! Ja! Aber ich muss jetzt da runter schreien! Ja! Ah ja! Das müssen wir vorstehen! Hachlöcher! Ihr Hachlöcher! Cool! Aber immer wenn ich zock, leuchtet's bei mir irgendwo im Hintergrund. Äh... Wo leuchtet's mich denn da? Du siehst, was leuchtet? Ja, wo ist dein Controller? Ja! Da... Wo ist er denn, was tut er? Das ist ja wie ein Leuchten im Spiegelpunkt. Ah, ich muss nicht mal die zurücklassen. Du bist Yoshi! Ja! Und schmeiß ihn nicht lau! So was leuchtet! Leuchtet nix! Und da ist er wieder! Ich hab doch gerade in Lava gestützt! Wo kommst du her? Jetzt mach das so! Nimm! Das ich nicht bekomme! Das läuft auf der Lava! Ja! Ist klar! Ist klar! Ja klar! Ja klar! Das ist auch nicht! Das ist dieselbe nicht! Ja! Da kann ich mal... Ich wär schon wieder in den Stein gerannt! Danke, Frieda! Ich liebe dich! Oh Gott! Kai, sei es zu, Frieda! Oh yeah! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Hey! Hey! Oh, da ist es Ziel! Schuh! Also ich! Bonus! Bonus! Wir freuen uns! Schuh! Die, 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 die! Schieb! Blume! Oder bitte hier irgendwo? Nee! Oder rechts! Rechts! Oh! Wie geht denn? Was? Zwei Leben! Na ja, immerhin! Ja, wie knapp der die 45! Ja! Du hast sogar auch noch 10 Leben, oder? Ja! Ne, 9! Oder! Nicht nur 7! 7! Oder so! Okay! Larry is gone! Oh Larry! Der letzte Boss, den wir machen mit dem Vorpouser... ...und dann... Noch nichts! Dann ab in die Stein rein! Oh nee! Oh lelelelelel! Geht das schon wieder los? Och nee! Da war des mein hast Schluss! Feuuuutappt! Dann mach jetzt mal was ganz geschehen! Geht das schon wieder los?! Wo leuchtet's denn immer zu? Oh, das ist meine Maus! Ah! Pass auf, jetzt mach ich dich. Mach ich was ganz gespieltes, Leute, oder? Ah, du, das nicht, du fliegst dann doch nur. Mach das doch schon. So, mal hier. Weil da wird nämlich jetzt das ganze Level das Ding rumfliegen, bis es dann zwischen letztendlich wieder da unten kommt. Was? Ja, pass auf! Ich lade mich, donc schau nichts, das dovillte Vai, preparierte to youtuber. soldats cw 8 E Pow Und, jetzt v ils Ich dachte, ich komme nicht mehr hoch. Was ist das denn? Filz. Also Filz. Hier muss ich rüber. Au. Da geht es gleich irgendwo runter. Ich weiß es. Genau. Wow. Episch war das. Wo? Meiner. Das ist die bewegte Blöcke. Das ist nervig. Einfach nur nervig. Ich habe ihn sofort ermordet. Ich habe es gesehen. Wie viel ich mir einfach gespart habe. Siehste mal. Und du stirbst. Und du stirbst. Und Menschikuba. Oh Gott. Alla. Ich komme einfach rein. Wie komme ich da rein? Skilljob. Ja. Lock den aber weg. Und dann. Hm. Ja, so geht es natürlich auch. Ja. Für die Pilz. Pilz. Ich rede nicht. Dacht ihr schon Pilz und Boot. Gott. Hilfe. Das ist Schluss. Ich will nach. Kuba. Hallo. Das war scheiße. Und du klingst wie Mickey Mouse. Ja. Warum nicht? Was war es dagegen? Ja. Was war es gegen meine Stimme? Ja. Definitiv. Nein. Doch. Ich komme. Was? Jetzt ist ja schon fast Mickey Mouse. Die Zeit. Die Zeit. Die Zeit. Die Zeit. Die Zeit. Oh mein Gott. Ja, das ist eine Zeitschrift. Zeit. Die Zeit. Fehler. 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 Ja. Danke. Du mal wieder. Hm. Wird nicht fehlen. Jetzt doch einmal drauf und. Na schau. Ha. Ha. Jetzt doch einmal drauf und. Da war es vorbei. Aber das ist schwierig. Das ist. Also man weiß, wo ich sag. Okay. Ha. 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 Ich muss sie jetzt auf Alex. Ha. 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 Ich bin echt da. Ha. Ich habe mir gerade eine Federhöhle. Höhle. 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 Das war vielleicht sogar noch in diesem Part. Vielleicht. Vielleicht. Je nachdem jemand zusammenscheint. Vielleicht. Ja. Kommt auf die Federhöhle. Erstmal hier eine Füße. So. Ja genau. Ich erinnere mich wieder. Gut. Höhle. Höhle. Nämlich hier drin. Genau. Dann gab es eine Feder. Ja was man ein bisschen haackiert. Jo. Jo. Passt. Höhle. Höhle. Bitte. Ich möchte es am Anfang nicht machen. Ich glaube, was mein Kollege hier war. Höhle. Nein. Nein. Nein Nein. Nein 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 nein. Darf wir mich stappeln. Höhle. Ist doch böse. Ich mach wieder meine Nebelnachle. Mach das. Mach das. Duokti duokti. Du musst mal wieder meine Skills haben. die 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 und die ich will ich will es gar nicht ausprobieren wahrscheinlich ja dann pass mal auf die ich mich da konzentrieren ah da kommt schon siehst du mal was das für Kreise läuft das Lala mal komm lasst dich hoch 4 3 2 3 Na komm ah wieder gescht Wunderbar naja ist wohl ein bisschen schwer Na 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 Aber es geht gut. Na ja, gut. Ich mach's lieber so. Lala... Also mit der Taktiker komme ich gut durch. Also wenn du geskillt bist, kannst du dann bis zu dieser Tür spüren. Ja. Ja, also dann fällt mir nicht da. Obwohl, wenn man Extremskills schafft man's. Und dann muss man wirklich gut sein. Wie auch immer ich das gemacht habe, sah cool aus. Du kubbeln. Ich will dich nicht wissen. Gedeihbar dich. Und du sterbst. Denn hier komm ich jetzt hier ganz läng durch. Mach ich doch. Was ist das denn? Stirb. Da kommt Polo hoch. Und... Tschüssi. Ich hab mich durch die Brunnen. Ich hab mich durch die Brunnen gelegt. Ja! Ach komm das sah so gut aus. Episch! Das war so gut! Verdammt! Danke Scheiße! Ich muss das leider so machen, weil keine Fehler. Da ist auch noch das Spiel gegen mich. Oh, nein, 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 nein! Das war ein Argument, warum ich eine Fehler habe. Habe ich noch eine Fehler? Ich habe keine Fehler mehr. Ja, okay. Ich hole mir eine Feder. Das kann er vergessen. Früher und du als die Steinlobs. Ich weiß. Nein, 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 das mache ich nicht ohne Feder. Jetzt lasse ich den anderen Typen. Oh ja! Warst du jetzt zu stolz? Ja, eindeutig. Gott! Das kann nicht machen. Ich muss jetzt ein bisschen lauter sprechen. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Da bin ich nicht zu laut. Ja, ja. Und tschüssi. Du bist dran. Ach so! Geh, jetzt landen! Stimmt! Ich weiß nur, dass ich meine Ehe verfalle, damit ich sie nicht versponsoren muss. Na klar. Ja. Wenn die Objection starten. Ohoho! Ui! 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 Eieieiei! Ich muss die Lieblings auch da gleich hoch springen. Du musst auch ran. Wie du bis hin bist. Das muss ich dann ausbauen aus dem Hintergrund. Wenn ich gleich mit. Also falls ich es nicht schaffen sollte. Was ich natürlich jetzt tue, weil es ja klar ist. Das ist Fade. Kann ich auch, ob du kommst. Dann muss der kommt bis da runter wieder. Bäh! Oh Gott! Das ist cool! Also ich hoffe es sei noch mal. Aber ich habe die beiden Löcke voll gesehen. Ah ja. Das wäre natürlich dann auch eine coole Daxi. Ja, das ist die. Muss ich aber so sagen. Das ist die in der Küche nicht. Du, DU, DU. Du, 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 DU! Du, 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 DU. Da kommt der Nancy. Du, wie frech! Na, wie frech! Komm her! Komm her! Das ist ja cool! Der CTL kann mir schön ausspieren! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ui! Das CTL kann mir echt schön ausspieren! Cool! Hält mir, aber da kriegst du keinen Pilz und nix mehr! Wer braucht Pilze? Sie sind überbewertet und machen sich nicht. Magic Ike! Machst du auch mal Bekanntschaft mit dem Typen hier? Magic Ike! Magic Ike! Genau. Aber kann man auch keinen Yoshi-Winze? Das ist dumm, ja. Kriegst du bei mir nicht? Yoshi-Winze! La-la-la-la-warten! Ich könnte sich jetzt unterschweben lassen. Können die nicht? Aber will ich das? Ich würde dir ein bisschen teig fühlen. Ich weiß nicht, wo ich da genau hin schweben muss. Das ist ein Problem. Vielleicht glaubst du ja einer. Naja. Ich glaube, das muss dann ziehen können. Hey! Hey! Bevor ich da in die Lava schwebe! Hahahaha! Du Lava-Schweber! Je kann das Lava! Ich könnte nichts überraschen! Die Lava-Schweber! LAH LAH LAH! Bis zum nächsten Mal.